Schönen Lingenabend hier sein, Johan, ist gut. Johan, 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 schön ruhig sein, jetzt frisch noch. Wenn du kannst, komm ein anderer weg vom Cage, aber erst mal die Kontrolle. Er ist frisch noch, schön in die Kontrolle, wenn du kannst, komm weg vom Cage. Nicht zum Gabbau, Johan, nicht zum Gabbau, nicht zum Gabbau. Ja, Knie zum Gabbau, das ist ganz egal, kannst ihn bringen lassen, bleib schön klag, schön hängen lassen. Wenn du kannst, komm weg vom Cage, wenn du kannst, komm weg vom Cage. Wenn du kannst, komm weg vom Cage. Erst mal die Kontrolle, Johan, baue unten, rechtes Knie rein, Johan, Pass auf, dass er mit deinem Bein nicht reinkommt. Weg vom Cage, der kann sich abholen, Johan, rechts damit. Das ist richtig, Johan, das ist richtig. Dein linkes Bein muss sich abschützen können, Johan, aufpassen. Linkes Knie rein, Johan, also reinzukommen. Wenn du kannst, vom Cage wegholen, Johan. Linkes Knie rein, ich will lieber erst mal besser, komm rein mit dem Bein. Verarbeitet ihn ein bisschen, lass ihn nicht nachdenken. Er sperrt dich die ganze Zeit. Komm, Johan, komm weg vom Cage weg, Johan. Komm drauf lassen, komm raus, sei gleich. Genau, komm tief lassen, schön. Komm ein bisschen auch hinter dir, schön, Johan. Schön, Johan. Und versuch tief zu verbauen. Lass ihn Knie bringen, selber nur stark, wenn es braucht zum Vorbereiten, Johan. Weiß ihn rum, rechter Arm um, rechter Arm um. Dann fass auf die Karton auf. Schön eng bleiben, Johan. Was Zeit geht, Stück für Stück vorarbeiten. Stück für Stück vorarbeiten. Komm, mit dem Elbogen rein da. Wenn der Elbogen bringt, schön mit der Spitze. Komm voll, Johan. Genau, zwei. Schön auf die Karton laufen, Johan. Eines Elbogen. Komm. Schön auf die Karton laufen, Johan. Schön eng bleiben. Jetzt kannst du schnappen und dann mit dem Knie rein. Mit dem rechten Knie rein, Johan. Nachschnappen und mit dem rechten Knie in die Hartfeuer. Gut. Komm. Jawoll. Ich mache es mal starten. Nein, sie macht hier, Johan. Da musst du ein bisschen aufpassen. Da musst du ein bisschen aufpassen. Mit den Elbogen wieder hin. Mit den Elbogen wieder hin. Linke Hand kann man mal zum Kopf schlagen, Johan. Linke Hand kann man mal zum Kopf schlagen. Den Elbogen spitze schön. Ne, das hast du vorbracht. Gut, wird schon wieder da, sehr gut. Versuch dich rauszudrehen, Roman. Noch eine Minute. Vorsicht mal auf. Tisch, 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 Tisch. Und hinten raus, hinten raus. Roman, versuch rauszukommen. Wenn die Kanzel nicht greifen, Joran. Nicht ihn mehr. Wenn die Kanzel nicht greifen. Schüss, hinten greifen und mittig bleiben, Joran. Gut, schön. Gut, gut, gut. Schlag und rein damit er braucht, Joran. Schlag rein, Joran. Bleib mittig, schön. Du kannst um die Hand drehen, Joran. Mittig bleiben und tief bleiben, Joran. Sehr gut. Hast noch zwei Minuten. Lass die Zeichen von Krollen. Genau. Stimm die Hand rein. Schön. Ich meine, ich krieg die Hand rein, Joran. Erkram, erkram, erkram. Schön, mittig. Mittig bleiben, Joran. Hüfte mittig. Schlag die Hand rein. Hüfte mittig bleiben, Joran. Hüfte mittig bleiben, Joran. Lass den Kinn, lass den Kinn. Lass den Kinn, lass den Kinn. Jawohl, zieh nach vorne, zieh nach vorne, Robert. Zieh nach vorne, Robert. Und raus, ich schläge raus, Timm. Nimm seine Lieblinie. Lass ihn nicht noch machen. Zieh nach vorne, Robert. Jawohl, genau so, jawohl. Jetzt steh dich raus. Ausdrehen. Hast du noch eine Minute, Joran? Ausdrehen. Jawohl. Lass ihn nicht noch mal. Lass ihn schlagen, Joran. Lass ihn schlagen. Sturge nach links, kommst du bei Tacheln. Tach, die in den Korn und denen ist gut. Tätig, 180 Grad. Halt auf, bis es es nicht mehr. Schau, die Technik raus ist, komm. 40 Sekunden, Jura. Bisschen rechts, links, drücken. Hand frei machen. Steh nicht. Unter der Ausfahrt. Jawohl. Schön. Jawohl. Jetzt kommt er. Pass auf, er will nicht. Pass auf, die Tien auf. Arm raus. Komm, pass auf. Jura. Druck machen. Jura. Druck machen, Jura. Druck machen, Jura. Druck machen. Jawohl. Jawohl. Beklappen, beklappen, beklappen. Stopp. Dankeschön. Dankeschön. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Danke. Ich schaue. Schöne Abend. Hallo. Danke. Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you.